Weiter geht's in Castlevania Curls of Darkness Mit JP Ja Tragt einfach nicht Leute Das ist JP Wie ihr in der letzten Folge mitgekriegt habt Ne, in der vorletzten, Entschuldigung Streiter Trank Untoter Lord Ah, mir kommt grad dieses Lied in den Kopf Wie ging das nochmal? Auf jeden Fall geht die zweite Stufe Vielleicht eher mit dem Forks fort Wenn der alte Lord, auch keine Ahnung, roter Stahl So was können wir daraus machen, eine Axt Nein, das wird die Gano Gano kann ich nicht herstellen Da, da, da Mit Speer vielleicht? Ne, Knöchel Jawoll, Metall dazu und roter Stahl, Moment Der Kopfbedeckung Nein, also Was für ein Knöchel Aus Metall dazu und roter Stahl wird Eisenpäuste Drrrr Also ich hoffe, dass ich bald auf eine Standards Missialwaffen zurückgreifen kann. Weil wenn, dann möchte ich sie euch auch gerne vorführen. Weil dann kann ich ein bisschen auch abspacken. Dann wird diese Folge des Let's Play ist nicht ein Let's Play, sondern ein Let's Abspack. Aaaaaaah! Stirb! Nein! Komm her, stirb! Stirb man! Wie ging das Lied? Ich weiß nicht, was ich meine. Ich glaube, jetzt sollte es jemanden klar sein. Und die liebe Misses gibt ihm ein paar Küsses. Wie ging, wie hieß dieses Lied? Aaaaaaah! Ich weiß es nicht. Ich hab's doch erst Silvester gehört. Ne, Neujahr, Entschuldigung. Ne, erst als der das verarbeitet hat. Da hab ich's auch noch gehört. Quaaaz! Yeah, JP entwickelt sich. Wozu? Ich hab's vergessen, ich hab's vergessen, ich hab's vergessen, ich hab's vergessen, ich hab's vergessen. Scherenstab! Wupp! Also meine, über meine jetzige Stärkung kann ich nicht meckern. Wow! Ach stimmt! Der Fahrstuhl! Der Fahrstuhl! Der lustige! So! Wie kriegt man diesen Fahrstuhl im Gang? Es ist ganz einfach! Und einfach nur gegen eine der Säulen schlagen und dann haben wir's eigentlich auch schon. Ich bin weit da! Ich bin weit da! Jawoll! Ich bin da! Worüber ich bin! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin der Laser-Bot. Ich bin der Laser-Bot. Ich habe es nicht ausprobiert. Nein, jetzt kann man nicht kaputt schlagen. Leider, leider. Kennst du nicht aus die Harpchen? Ich glaube ja. Ja, es geht Harpchen hier. Ah, sehr widerstandsfähig, die guten Damen. Wow, surprise attack! Na, 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 na! Oh, du großer Gott! Schweben B! Was war Schweben B? Äh... Was nennt das für Dinger? Na... Das sind auch die Schutzschilder. Ahaha, geil! Ahaha, geil! Ahaha, wie cool! Nein, 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 lass mich los! 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 Ne, ne, ne! Wenn ich einen Himmel-Express bin... Wenn ich einen Himmel-Express will, werde ich ihn erst flehen. Jawoll! Äh! Ach, die haben jetzt den Erder hergegeben! Ah! Schau mal, roter Stahl! Was wird denn da raus? Eine Feldrüstung! Hey! Ist die besser? Hallo, ist die besser! Russland zum Verteidigen der Schwendenpasterie! Nur wenige tragen sie freiwillig! Tja, und ich tue's! Komm mal her! Hey, komm mal! Nein, Dude! Sie macht mir weniger Schaden! Tja, wir hören Sie mit dem GIST- 150,000 Knoten 답ten! Err err errr errr! Err erhh ohhh. Level up! Whatcha want, bitches? Nein, das ist guter! Das ist nur ein Teleporter! Oh nein! Das sieht schon böse aus! Warum hat das nicht? Ich kann nicht nach oben gucken! Ich glaube, das ist der Turm! Wo der Endbox, wo der Endbox dieser Area kommt! Hört man mich gut? Ich habe mich gerade eben etwas zurückgelehnt! Hoffentlich hat man mich gut gehört! Was? Ah, die Nachfolger der Flohmänner! Die Todesreißer! Die haben auch nicht viel drauf! Einschlag! Die sind weg! Ach nein! Oh nein! Ich erinnere mich an die Passage! Nein, die war scheiße! Ich bin die Nachfolger der Lange! 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 Äh, äh, äh! Äh, äh! Man nervt mich nicht, du hässliches Kackding! Ich bin die Nachfolger der Lange! Das war Glück! Das war Glück! Ah! Oi, 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 oi! Runterlassen, 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 runterlassen! Ey, 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 ey! BAM! Rosenkranz, alles in dem Raum, das ist tot. Ich wollte dir fast sagen, oh nein, das ist ja geteilter Gang, aber dem ist ja nicht so. Da ist hier was drin, nein, da ist hier was drin. Ja, aber erst was ich nicht brauchen kann. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ah, gleich gegen drei. Aber dafür müssen meine Tränke jetzt raus. Wow, seit wann könnt ihr denn so rennen? Das finde ich psychologisch nicht korrekt. Ich finde eure Denkweise nicht psychologisch korrekt. Geh weg, geh weg. Alter! Geh weg! Ja! Ja! Gott! Hey, lass du mal die Pirinruhe, ja? Boah! Was muss ich hier nochmal machen? Ach stimmt, das Gump Rätsel! Brauchte ich ihn hierfür? Und die Antwort lautete ja! Lasse, dein Einsatz! Und musste ich! Wohin musste ich! So! Äh! Blablabla blablabla blablabla! Äh! Nun gut, ich such den Weg auf Screen! Das war Karsten, wir können uns auf Dattnis für heute! Bis dann! Ciao! 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 Ciao!